Die Pferdefamilie Teil 4. Los! Ich glaube, hier müsste es sein. Glaub ich auch. Lass mal gucken. Vielleicht wollen sie den Zimmer angreifen. Ah ja, warte. Entweder kommst du mal an. Die wissen nichts, dieser Dummköpfer. Ja, lass mal raus. Ja, lass, sie fangen aber ganz langsam. Ich kletter von hier. Und ich von hier. Ich... Hm? Abel, bist du bereit? Ja, du kommst bereit. Warte! Wir haben euch. Kommt! Aua! 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 Lass mich! Nee! Lass mich! Nee! 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 Lass mich! Nee! Bro, hilf mal mit! Mann! Mann, okay, chill! Ja! Ey! Ey, die steht da! Nee! Aua! Ey! Komm her! Ja! Nein, 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 nein! Nein! Und ich hab dich jetzt. Und sie ist... ...nach unten! Ich komm jetzt wieder nach unten! Ich... Geh! Nach unten! Ich... Black, hilf mit! Black, hilf mit! Black, hilf mit! Tick und Tick! Ich... Ich... Hab dich! Ah! Jetzt komm mit! Hilfe! Huh! Luna! Nein! Du kommst jetzt raus! Aua! Ey, Mädchen! Komm durch! Warte, ich hoffe, das zieht auf! Aua! Ich muss ja natürlich helfen! Nein! Ah! Ich... Aua! Komm! Ähm, hallo? Kommt, 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 kommt! Jetzt komm du hier rein! Komm hier rein! Nein! Nein! Nein, nein! Okay, du gehst wohl auch rein! Oh! Ah! Ha! Wir haben die doch noch drin! Nee! Jetzt muss rein! Ja! Okay! Oh, jetzt können wir uns hinlegen! Jetzt haben wir die Ruhe! Mann! Hey! Alle... Alles ist wegen dir, Black! Du hast ne... Alles ist wegen dir, Black! Du hast uns niemals geholfen! Ja, du weißt schon, dass wir auch helfen müssen! Ach! Boah! Wie kommen wir hier jemals noch raus? Okay! Okay! Ey, warte mal! Ey, warte mal! Wo sind die Kinder? Aha! Die müssen eigentlich da sein! Ich kenn das ja schon! Seit lang! Hi! Sis! Ah! Sis! Oh! Ich hab die so vermisst! Sis! Wir haben diese Tür schon fast aufgepasst! Okay! Die Tür ist offen! Gut! Jetzt lass raus! Ups! Ja! Lass raus! Hier! Das wird grad irgendwas runtergefallen! Warte mal! Ich hab mal irgendwas versucht! Wir fangen dann die halt ein! Hier! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Wie kommt die jetzt mal raus? Warte mal! Warte mal! Äh, die Tür ist schon offen! Nein! Nein! Warte mal! Ich hab ne Idee! Wir fangen dann halt jetzt die Leoparden ein! Okay! In der bleibt ihr hier! Ist zu gefährlich! Ja! Ja! Also, ich hab den einen schon mal irgendwas dran gemacht! Und wenn er jetzt aufwacht, wird er sehen, dass sein Mund zu ist! Kinder! Geht nach unten! Ja! Geht nach unten! Okay! Aber nimm den leichten Weg! Nicht den schweren! Okay! Okay! Nicht den da! Egal! Komm jetzt einfach mit! Okay! Ich geh schnell hier den Weg! Wapp! Naja! Ab jetzt ist? So! Ja! Ähm! Ich hab den einmal schon mal gefangen! Und in welchen Gigas sollen die kommen? Ähm! In den Garten jetzt klein! Nein! In den Garten ganz klein! In den Garten ganz klein! Wieso? Ich bin bereit! Naja! Hm! Ähm! Geh da rein mit dem Bett neu! Einfach auf! Komm! Die schlafen! Ich hab hier eine Garten gefunden! Komm! Geh rein mit deinem Bett nach! Hey! Ops! Hey! Die schlafen schon! Grrrr! So! Ich bin dran! So! Nimm das ein! Wartet mal! Nimm das ein! Komm! Nimm das Dings hier! Ja! Warte mal! Nimm das noch mal! Und! Ich lege zu! Und du Pär! Das ist nicht egal! Ja! Die ist nicht genau hier! Ach so! Dann geh ich mal nach unten! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Die geht hier! Oh! Oh! Ihr seid jetzt! Oh! Warte! Oh! 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 Jetzt mit der Karte! Zeig mal was das hier! Hier ist! Hier ist man! Hier ist man! Okay! Hier ja! Hier ist der eine Platz! Hier ist unser Essensplatz! Und hier ist unser Essensblock! Und hier ist unser Essensblock! Und hier ist ja diese Grenze! Nein! Hier ist unsere! Hier ist unsere Grenze! Und hier ist das andere Stück Land! Was wir eigentlich noch nicht kennen! Ja! Ähm! 1, 2, 3, 4, 6... Wasn... Das kann ich ja eben so nur... Ich glaube, dass die Stellen sind, wo kein Glas ist. Weil nur hier und hier ist es krass. Guck mal, hier ist so blau. Wasser, glaube ich, ist das. Nee, weil da können wir selber drüber laufen. Feuer!